liebe zuschauer liebe episoden herzlich willkommen zu einem neuen video an diesem mittwoch und es häufen sich meldungen von dem james webb teleskop im weltraum dass dort irgendwas anormales gefunden wurde aber am anfang für euch was ist dieses james webb weltraumteleskop wir sehen hier die offizielle seite der nasa ich habe das ganze übersetzen lassen webb ist das führende observatorium des nächsten jahrzehnts und wird tausenden von astronomen weltweit dienen es untersucht jede phase in der geschichte unseres universums webb untersucht jede phase in der geschichte unseres universums vom ersten leuchtenden leuchten nach dem urknall über die entstehung von sonnensystemen die leben auf planeten wie der erde ermöglichen können bis hin zur entwicklung unseres eigenen sonnensystems webb startete am 25 dezember 2021 es umkreist nicht die erde wie das hubble weltraumteleskop sondern die sonne in 1,5 millionen kilometern entfernung von der erde am sogenannten zweiten lagrange punkt oder l2 und wie gesagt diese meldungen überschlagen sich es kommen immer verrücktere meldungen rein ihr seht es hier gab bei twitter wenn ich hier mal reinschaue dann haben wir hier die verrücktesten meldungen und die meisten meldungen die basieren dann auf einer meldung die hier gepostet wurde auf einer polnischen seite und hier steht das james webb teleskop soll eine weltraumstadt beobachten die auf die erde zufliegt ich bin wenig für clickbait ich kann das ganze noch nicht beurteilen also verurteilt mich bitte nicht ich will keine clickbait videos machen habe ich noch nie gemacht und aber irgendwas stinkt da also wie gesagt wo gehobelt wird da fallen späne oder wo es brennt da raucht es auch und wir haben hier eine aussage hier steht das james webb teleskop soll eine weltraumstadt beobachten die auf die erde zufliegt wie trom jasto da kommen dann gleich noch drauf und eine reihe anderer polnischer quellen bei gestern berichteten beobachteten bewohner der küste der danziger bucht am vergangenen freitag dem 20 september ein seltsames atmosphärisches phänomen eine ansammlung riesiger kugelförmiger lichter irgendwo über dem meer hier sind dann auch videos drin die könnt ihr euch dann selber anschauen ihr findet die links wie immer in der video beschreibung und hier steht wie die polen schreiben reagierte ihr militär heftig auf diese show die leute sahen wie flugzeuge und hubschrauber herumgeworfen wurden woraufhin ihnen gesagt wurde es gebe eine rettungsaktion wer gerettet wurde und wovor wurde natürlich nicht näher erläutert nicht weniger interessante anomalien treten bei diensten auf wie genosse gunther 77 berichtet beleuchtete gegen ein uhr ortzeit etwas die erde aus dem weltraum vielleicht fällt einem noch eine andere dienstörung ein aber in letzter zeit gab es viele solcher störungen obwohl viele nützliche weltraum wetterdienste in letzter zeit entweder nur noch symbolisch funktionierten etwas unverständliches anzeigen oder ganz abgeschaltet waren und so weiter und sofort wir schauen mal kurz auf diese erwähnte seite hier steht drohne fragezeichen eine anomalie in der atmosphäre wir fragen dienste und experten nach geheimnisvollen lichtern am meer am freitagabend waren mehr dutzende minuten lang über dem meer von der dreistadt und darüber hinaus schwer zu identifizierende lichter zu sehen werden die dienste und experten zu diesem vorfall befragt und obwohl wir keine eindeutigen antworten erhalten haben scheinen mindestens zwei versionen die einer großen drohne oder ein objekt das in die atmosphäre eindringt wahrscheinlich informationen zu den lichtern sowie deren fotos und videos erhielten wir am freitagabend im tricity report die über dem meer sichtbaren lichter sollten schon früher erschienen sein und 19 und hängen für mindestens mehrere dutzend minuten sie waren von der dreistadt aus sichtbar aber auch von hehl und vladias lovowo aus ich bin kein pole ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen wir haben die marine den grenzschutz rettungsdienste vertreter des unternehmens orlen dem die bohrplattformen gehören und autonom zu diesem thema befragt und obwohl niemand mit sicherheit verstellen könnte was im himmel sichtbar war präsentieren wir im folgenden alle hinweise die wir untersucht haben es gab ein service einsatz allerdings stimmten die öffnungszeiten und die sicht nicht überein am freitagabend fand in den gewässern der danziger bucht eine rettungstation statt die allerdings wie uns die beteiligten dienste gemeinsam zugaben auf den fotos nicht die durchgeführten maßnahmen zeigten und auch der zeitliche abstand nicht übereinstimmte die überschnitten sich teilweise ihr seht es dann hier wie gesagt ihr könnt euch das dann alles nur noch mal selber anschauen bei der aktionen ging es um die rettung eines sinkenden jetskis der zusammen mit einem weiteren ähnlichen fahrzeug von hehl aus aufbrach und gorki zackhoten ihr erreichen wollte der fahrer des rollers wurde aus dem wasser gerettet und der roller selber sicher ans ufer geschleppt an der aktion beteiligten sich die sonderverwaltungszone der grenzschutz und die marine wie uns junior warrant officer sg kataracina prissi bitz von der marineeinheit des grenzschutzes mitteilte ist der diesbezügliche bericht bei uns oder bei denen eingegangen um 19.12 aber unsere leser haben das licht schon einmal gesehen und dann geht es hier so weiter und so fort und ja wie gesagt wenn ich bei twitter reinschaue wie gesagt ich verfolgte schon seit über einer woche dass hier irgendwas anscheinend vom james webb space teleskop aufgezeichnet wurde es wurden soweit ich das auch sehen konnte videos die auf das ganze schon eingegangen sind gelöscht ich bin mal gespannt ob meins auch gelöscht wird und es ist wirklich sehr interessant ich meine dieses james webb teleskop das strahlt in weit hinein in das all und wir haben ja vorher gelernt was ich euch einleiten erzählt habe dass es nicht bei uns ist in der atmosphäre sondern in der nähe von der sonne und wirklich sehr tief ins all hinein schauen kann und hier wird die ganze zeit berichtet dass irgendwas von dem james webb teleskop aufgezeichnet wurde und am ende ist es immer wieder eine sag ich mal wie ein stein wie ein meteor oder was auch immer wo eine außerirdische zivilisation darauf wohnen soll welches immer näher zu uns zur erde fliegt und ihr seht es hier selber also das ist wirklich ziemlich aktuell verschiedene reaktionen von menschen es gibt hier auch schon andere videos und so weiter und ich wollte auf das ganze thema mal eingehen ob da wirklich irgendwas dahinter steckt ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen aber wie gesagt wo gehobelt wird fallen späne und es ist schon sehr merkwürdig dass so viele menschen über dieses james webb teleskop berichten weil hier anscheinend irgendwas aufgezeichnet wurde was man aber nicht möchte dass dieses an die öffentlichkeit tritt und ich versuche hier mein bestes zu machen denn ich kann es auch nicht euch wirklich sagen ihr steht auch schon wieder bei truth poll vom 23 september also vor zwei tagen dass hier eine stadt eines unbekannten objektes ich übersetze es einfach und fly das vermutlich ein raumschiff sein soll dass es ihren kurs korrigiert hat in richtung erde könnte dieses ein weiteres uomo objekt sein oder irgendwas anderes was denkt ihr und es geht immer so weiter und so weiter hat das james webb teleskop ein außerirdisches raumschiff aufgezeichnet und ich finde es witzig warum videos gelöscht wurden wenn nichts dahinter steckt warum macht man das also irgendwas ist an der sache relativ fischig und ich wollte euch das ganze einfach mal mitteilen denn wenn ich in die offiziellen meldungen so reinschaue dann finde ich hier zum beispiel vom 25 september also von heute das james webb teleskop übersetzen wir das ganze mal ins deutsche dann steht hier james webb weltraumteleskop entdeckt ungewöhnlich schiefen exoplaneten so etwas haben wir in unserem eigenen so system noch nicht gesehen es ist einzigartig sogar unter den exoplaneten populationen genau das ist das eine dann finde ich hier was drei fragezeichen james webb teleskop entdeckt riesiges fragezeichen im weltraum mit hilfe des james webb weltraumteleskops haben astronomen ein paar weit entfernte galaxien entdeckt die aufgrund einer seltenen form der gravitations linsen wirkung zu einer kosmischen zu einem kosmischen fragezeichen verzerrt wurden und dieser artikel der ist vom steht hier leider nicht drin der ist aber auch auf alle fälle vom doch hier steht es 10 september 2024 und irgendwie ich weiß es nicht es passt nicht so wirklich zusammen ist hier wirklich irgendwas entdeckt worden von diesem james webb teleskop passt es irgendwie warum auch immer zusammen zu diesen sichtungen die in polen beobachtet wurden in der danziger bucht und ich weiß es auch nicht ich finde es sehr spannend weil wie gesagt ich habe das am anfang abgetan so ja genauer völliger blödsinn weil ich mache keine clickbait videos wo ich sage oh ja jetzt sind sie endlich da die außerirdischen sie kommen hier angeflogen mit einem riesigen raumschiff und das james webb teleskop hat das alles aufgenommen und die regierung verschweigen das also das ist nicht der inhalt meines kanals wir alle eigentlich wisst aber irgendwas ist hier wirklich merkwürdig warum melden sich so viele menschen zu diesem thema und es ist hier selber es ist wirklich krass wir haben hier wenn ich einfach mal in twitter ich sage immer noch twitter und nicht x wenn ich hier so rum scrollen immer weiter zurück na gut da sind wir schon im dezember 21 aber ihr habt es sehr vorgesehen in der aktuellen timeline es sind hier berichte drin wo irgendwas hier gefunden wurde inklusive dass videos gelöscht wurden die anscheinend irgendwas gezeigt haben was ich euch natürlich nicht mehr zeigen kann weil wenn das tatsächlich der fall ist diese videos nicht mehr online sind und ich sie euch auch nicht mehr zeigen kann ich finde es wirklich krass ich wollte euch eigentlich ein anderes video an diesem mittwoch präsentieren aber ich finde es sehr spannend denn warum denn nicht also ich habe es schon öfters erwähnt ich habe doch nichts dagegen wenn es hier tatsächlich irgendwas entdeckt wird angenommen es ist so wie hier dargestellt mit diesem bild oder wie in meinem thumbnail was ich selber erstellt habe ob hier wirklich ein außerirdisches raumschiff auf die erde zusteuert warum denn nicht ich habe doch damit kein problem und ich verstehe auch nicht diese panik die sich hier entdeckt entfaltet weil vielleicht tatsächlich irgendwie eine disclosure stattfindet auch wenn ich an das ganze nicht unbedingt glaube ob das ganze nicht irgendwie gesteuert ist dass man sagt um irgendwie angst zu schüren um gesetze irgendwie durchzudrücken dass man sagt okay hier jetzt sind die außerirdischen da wir müssen jetzt andere gesetze schaffen und wir müssen andere vorgehensweise irgendwie definieren das sei mal dahingestellt aber irgendwas ist hier am laufen was irgendwie merkwürdig ist und es sind viele leute die sich mit diesem thema schon auseinander gesetzt haben und ich wollte auch einfach euch darüber berichten denn irgendwas ist dort am laufen am ende entpuppt sich das vielleicht als völliger blödsinn was vielleicht auch in ordnung ist auf der anderen seite ich würde es begrüßen wenn wir auf einmal tatsächlich ein kontakt schaffen würden etwas entdeckt hätten mit den technischen möglichkeiten die wir haben die wir uns alle herausschicken genau für diesen zweck um zu entdecken ob dort draußen nicht ein außerirdisches leben vielleicht existieren könnte und wenn jetzt dieser beweis kommt warum denn nicht also wie gesagt ich bin offen für das ich kann mir es nicht vorstellen dass die welt in panik gerät und und die welt dann untergeht sondern dass hier vielleicht endlich der der brückenschluss der kreis schließt sich was auch immer stattfindet dass wir vielleicht in eine in eine bessere zeit geraten wo vielleicht alles irgendwie für uns alle besser wird keine ahnung ich habe das jetzt einfach mal so freischnauze rausgehauen wie ich konnte wie gesagt es sollte eigentlich ein anderes video kommen aber ich muss jetzt einfach darüber berichten weil das thema nach wie vor am laufen ist und keiner bis jetzt bestätigen kann ist es völliger blödsinn ist da wirklich was dahinter und das wollte ich euch in diesem video mitteilen ich danke euch für eure aufmerksamkeit vielen dank und wir hören uns alle bei meinem nächsten video also macht es gut euer piso servus aufmerksamkeit